Folgen die Impressioni d'Alvero, dritter Teil, von Gianfrancesco Malipiero. Hans Wallert dirigiert das Kölner Rundfunk Sinfonieorchester. Die Sätze sind wie folgt betitelt. Feste in Val d'Inferno, I Galli, La Tarantella a Capri. Die Sätze sind wie folgt betitelt. Die Sätze sind wie folgt betitelt. Die Sätze sind wie folgt betitelt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020